Angewandte Mathematik ist unser Studiengangsprofil eigentlich schon immer, seit es einen Studiengang gibt. Der wurde schon 1970 als Diplomstudiengang damals gegründet. Wir haben schon immer eine starke Anwendungsorientierung und einen starken Praxisbezug in unserem Studiengang, was sich in zwei sehr interessanten Vertiefungsrichtungen, nämlich Finanzversicherungsmathematik und Algorithm Engineering widerspiegelt und auch in unserer Praxis integrierten Variante Mathe hoch 2, Work and Study. Und das wollen wir jetzt eben mit dem Namen des Studiengangs nochmal deutlicher zum Ausdruck bringen, dass wir für unsere Studieninteressierten dann eben auch sichtbarer als Angewandungsorientierter Studiengang wahrgenommen werden. Und deswegen heißt unser Bachelorstudiengang ab sofort Angewandte Mathematik. Das heißt, alle Studierenden, die jetzt und zukünftig bei uns studieren, erwerben dann auch einen Abschluss in Angewandte Mathematik. durch eine Ton, Versöhnung der viele Metematik. In08 habe ich noch etwas sehr Nim____os gemacht. Bis zum Teil schon? Woher da ist die Untertitel? Da ist es dann im Eisen application. das ist gar nicht eing писate. Maschi-Takt,